der hochgehält wird wirklich so hier wird gehalten wie die sau aber das einzige was bleibt uns denn anders übrig wenn wir hier noch da reinrennen ihr habt die ganze zeit gesehen attacke 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 nützt nicht viel Die gibt es eh auf die Nadel. Ja, ich komme. Über einer von unseren. Nein, rettet ihn. Kalle mit der Kelle. Kalle, ich hab dich. Steh auf. Steh auf. Oh, Kalle. Hey, ho, let's go. Ich bleib bei dir. Mist. Von hinten, fuck. Alles klar. Habe ich Zeit, bei dem, was ich machen wollte. Ich konnte sagen, Mist. Ich musste die, ähm... Na, 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 na. Hier. Da, hier ein zweiter Team rein. Nein, ja, danke. Da ist schön. Ich würde aber gerne noch ein paar rüber schmeißen. Inklusive dir, Schokodonut. Tut mir leid. Aber ein paar müssen ja rüber. Aber niemand will rüber. Nicht weglaufen, komm zu mir, Kalle. Oh, jetzt wird langsam eng. Jetzt geht weiter. Hinter die Stelle seht ihr mehr. Aber ich bin gleich im Eimer. Granat rein, wie Sau, Brude. Komm. Pam. Ah. Hat der sich hochgedacht, ne? Granat rein. Pam. Einfach Kalle. Kalle mit der Kalle. Arme Gorknecht. Hat's auch zerrissen. Das ist mal ein Abwehrfight, ne? Abwehrfight bis zum letzten. Aber rein technisch, die sind 14% wert, verlieren immer mehr. Wir sehen jetzt doch hier in der Mitte, oder? So, klar. Wir sehen jetzt hier. Erst haben wir so eine Batterie, da will keiner welche. Die hinten immer noch. Wo ist der Kalle? Wo ist der Kalle? Was ist mit dir? Du bist voll, stehst du da? Hap. Hap. So ist er. War zu früh. Mal muss man natürlich mit reingehen, aber jetzt in der Phase hätte ich schon nicht noch warten sollen, bis er nochmal rauskommt. Sagen wir mal einfach, ich bin diese taktischen Fights gar nicht mehr gewohnt. Nur noch volle Pullereien. Oh, 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 B hat mein Herz kurz gerade gewackelt. Oh, oh, B hat mein Herz kurz gerade gewackelt. Also, B hat mein Herz. Ja, okay. Ouh. Zack. Hä? Weg, 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 weg. Ouh. Hinter dir. Siehst dich. Siehst dich. Komm, komm. Das war ein Hübscher. Tisja. Oh, oh. Ja, ja, ja. Danke. Munition raus. Dicken in die. Ja, natürlich ist der andere zurückgewichen. Da hat man natürlich nicht mehr viel Chance. So. So weit, so gut. Die kriegen das Ding nicht. Das schaffen sie nicht. So viel, so viel Gegenhalt kriegen wir noch zusammen, ja. Aber ich auf die Map gucke. Operation Scheiß und Dreck beendet. NK hat gewonnen. Ach, wirklich. Wirklich. Wirklich hat NK gewonnen. Jetzt an für sich könnten sie mich am Popo kraulen. Wir könnten an für sich mal uns verpissen. Gehen wir mal nach Inder gehen. Mal eine Runde. Inder, einfach mal. Wechsel. Bäumchen, wechsel dich. Jeder, der darf sein. Sinnlos. Andersrum. Bäumchen, wechsel dich. Wäre jetzt auch. Mit der minderen Anzahl an. Oh. Ja. Gut, gut, gut. Der, äh. Danke. Ich gehe über die Seite gerade mal. Habt ihr die gesehen? Ich würde gerne mal abdrücken. Ich trau mich aber nicht. Alles klar. hab ich ja übergebracht. Oh Frechheit Danke, rein hier Helf, 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 ich komme, ich komme Hochheil Komm her Position Ich reparier doch So Nicht, dass ich eine Murmeln an Er latscht mitten drauf Hast du nicht gesehen? Danke Na, ich guck erst mal, bevor ich runter springe Aber es sieht ganz gut aus Nein, nein, ich bin nicht hoch So wollte ich auch nicht runter Naja, auch gut Wo ist Thaddeus? Thaddeus ist noch da Aufpassen Zack Das sieht ihr jetzt einfach aus Jetzt haben sich alle verzogen Es wird wieder ein Rennen drüber Man, danke Kein Problem Ich komme Oh Hier Das ist eine Munition Habe ich Kein Problem Das kannst du vergessen, mein Freund Gesichtet Nicht getroffen Ich bin